Go Leute was geht und herzlich willkommen zu meinem Stream mit PentaPlace für Serie A. Der kommt halt gleich. Wir spielen hier gerade halt aus so einem Viertelbeast Launcher. Und ja, das könnte nicht neu werden, weil wir farmen und ich beschäftige mich halt mit Towncrafter. Ja, das wird schon gut. Und wenn irgendwelche Probleme oder so bei dem Stream auftreten, sagt einfach. Ich bin jetzt nicht so der Profi da drin. Ja? Warum sich die Konsole von Viertelbeast anschauen? Das ist normal. Ach ja. Und er installiert sich halt gerade Viertelbeast und das könnte vielleicht noch ein bisschen dauern bis er kommt. Und? Ja. Genau. Und? Ja. Und? Wenn ihr seht der Packs angezeigt, wenn du was noch ein bisschen machen. Ach ja genau. Äh, scroll mal ein bisschen runter bis du so eine Tatze siehst. Also so eine Tatze, weiß was so eine Tatze ist, ne? So in der Katze? Oder egal, vom Bär oder so, hier. ja und das heißt irgendwie so fdb presence dire wolf genau ich drück mal auf starten nutzernahme ich stehe kurz abgehauen weil ich halt grad gucke wie ich mir den stream mache damit ich vielleicht eure fragen unterlesen könnte aber irgendwie find ich meinen stream gar nicht ich mags findest du meinen stream ja echt jetzt geh auf den scheiß account ja das finde ich irgendwie nicht ja ich schau dir gerade zu du bist live ich weiß ist mir klar ja da hast du gerade gesagt dass meine frage ist ach hier live da ich muss jetzt kein passwort kommen ich hab keine ahnung so jetzt geht es weiter ich kann vielleicht auch mal wieder aufnehmen und so warframe wenn das irgendjemand kennt könnte ich das mal spielen oder so oder halt auch minecraft oder league of legends kennt mir mal in die jetzt gleich in den stream schreiben ob halt was ich machen kann was ich spielen kann ich kann leider nur mit 720p ich weiß jetzt nicht wie ich das jetzt so einschränken dass ich heute das mache ja 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 da steht aber ja Welcher Username und Passwort ist hier. Für uns die Mojang-Account try using E-Mail-Incents aufs Username. Ach so, ich muss die E-Mail da nehmen. Ja. Sag mir das doch gleich. Sorry. Du bist ein dummes fettes Kind. Man muss nicht solche Sachen machen. Hä, immer noch. Ja. Falsches. Ja, was ist los? Ja, immer noch. Was ist immer noch? Ja, immer noch nicht. Hä? Kriegst du das nicht hin? Nö. Hä? So, unten steht... Ey, hörst du doch bei mir die Musik, weil... Das ist lieblich. Ja, aber... Ich höre deinen Spons und so. Ah, beim Stream. Ja, aber... Also, ich drücke jetzt auf Profil erstellen. Nur zu haben, muss ich meine E-Mail machen oder was? Äh, ja... Also halt von deinem Account E-Mail. Ja. Ja. Und dann jetzt das Passwort. Genau. Dein Passwort. Von Account oder Ebay? Von Account, glaub ich. Wow, hast du ne große Hilfe. Ja, ich hab mich einfach mit meinen normalen Daten angemeldet. Die ich halt immer benutze. Ja, das sind von deinem Minecraft Account Daten. Ja, das mach ich ja ganze Zeit. Ja. Ja. Ja, und da kriegst immer noch. Oh, nice, Schatz. Oh, ich könnte noch mehr von denen gebrauchen. Ich weiß, da sieht man, dass es vielleicht auch ein Fall wird, Moritz. Wahrscheinlich. Und das ist allgemein hier drin. Was ist das? Oh ja, das sieht man nice. Jetzt wird es vielleicht flüssiger. Ah! Okay. Ah, ich kenne viermal. Ja, dann muss ich die sein von deinem, äh, von deiner E-Mail. Ja, hab ich. 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 Oder vielleicht sind das auch nicht die Richtigen. Wer weiß. Halt die Fresse, ich kenne nur meine E-Mail mit den Accounts. Wer weiß. Ich kenne ihn am besten. Ich bin kein Fisch. Und was bist du? Ah! Nein! Der Keks ist zu lange sehr möglich gewesen. Und jetzt zerfällt der. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Scheiße! Ja, das ist wirklich scheiße. Der arme Keks. Der Keks. Immer noch einen Zuschauer und das bist du, ne? Oh, wie klingt das ja gerade weh, dass ich nur einen Zuschauer hab, Papa. Naja. Ja, das bin ich. Ich bin halt neu, von daher. Das bin ich. Ich weiß. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Doch. Ne. Ich bin neu. Oh, helf mir mal. Ja, wobei. Wie jetzt? Ich kann dir nicht helfen. Ne, mach jetzt Skype-Bild. Ja toll, ich bin doch nicht mal auf Skype. Doch. Ja, ok. Warte. Dann muss ich kurz raustappen. Aua. Siehst du die Sachen? Nein, ich muss ja doch erstmal gerade Skype öffnen. Warte. Siehst du? Nein, es lädt. Jetzt, ja. Warte kurz. So. Nutzer, dann muss die E-Mail, ne? Ja. Ja. So. Und da muss das Passwort von der E-Mail. Ja. So. Ich drück auf. Ich fühle. Okay, dann muss starten. Hä? Warum hat das gerade ganze Zeit nicht funktioniert? Hä? 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 Halt die Fresse, du Affe. Haha, geil. Ich hab das fünfmal versucht. Ja, das tut weh, ne? Dein Gesicht tut weh. Ja, das stimmt. Weil ich gestern aus Versehen gestorben wurde. Finde ich auch. Deswegen tut gerade wirklich mein Gesicht da weh. Haben die gut gemacht. Ja, finde ich auch. Weißt du? Zu schade, zu schade nicht mit Steinen. Aua. Ne, aber mit einer Metallstange. Schwöööö. Ja man, schwööö. Haha, diesmal achte ich ja überhaupt auf den Keks. Ey, heute war wohl ans Frühlingsfest, ne? Ja. Da waren solche Prädchen, die waren voll süüss. Okay. Guck, das hat zum Beispiel so ein helles Flettchen und er hatte da so ein braunes Fell bei dem Auge und das sah so aus, als hätte er eine Brille oder so auf. Okay. Das ist auch so süß. Okay. Halt die Fresse, dann verpfiff ich dich. Weißt du, wenn man eine Musik gehört? Hm? Keine Arme auf der Hand. Weil... Und? Ich leg mal kurz, weißt du gleich warum. Hä, warum? Okay. Aua, jetzt das Ende kommt wieder. Ja. Mal gucken, was ihr danach macht. Mal gucken. Mal schauen. Aber vielleicht... Ich glaub, ich glaub schon... Boah, okay. Guten Tag. Hi? Ja. Hallo? Hallo? Nö, man hört seine Musik. Nicht wahr, oder? Ach. Na... Hört man die vielleicht jetzt? Jetzt hast du zwei... Jetzt hast du zwei... Jetzt hast du zwei Suchschauer. Echt jetzt? Oh... Nein. Aber dann hat jemand doch was in den Chat beschrieben. Erstmal... Okay, lass dir ein Dislike gehen. Oh, Moin! Ja. Äh, Mark ist da. Wo ist denn? Wer? Ja, mit dem ich ihn gezahlt habe. Nein! 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 Oh, Moin. Lass doch. Lass doch immer, bitte. Dankeschön für den Abo. Für das Abo. Drei Zuschauer, Mike. Uhu. Wie komme ich jetzt wieder nach Hause, würde ich sagen? Chef, Chef, bist du der eine Zuschauer? Ah, da bist du ein Lava. Ja, ich bin aus Versehen gerade gestorben. White Shuffle? Na toll. Wie komme ich jetzt nach Hause, ist die Frage. Ich spiele es jetzt heute auf diesen, ich spiele es jetzt heute auf diesen Dings, diesen Server. Kann man nicht slash home oder so? Ja, ich glaube schon, aber. S slash T. Also schon slash slash home, genau. Slash T. Genau, slash. Mike, bitte geht das. Slash T. Ja, habe ich schon. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Slash T. Guck. Oh doch, lol. Aua. Ich mache alles falsch. Dein Leben ist auch ziemlich falsch. Brrrr. 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 Dankeschön. Bitteschön. Okay, die Stimme hat sich verpixelt an. Wie? Ich war doch selber im Livestream nach so dummen Scans. Ja, bin ich doch gerade. Ja, und? Wie, ja, was und? Ja, wenn sie sich verpickelt, dann. Brrrr. Oh. Ah, scheitern den Stream jetzt mal weg. Äh, stopp schon. Also. Ich muss mal gucken, ob die sich verlinkt nicht. Warum soll ich die verlinken? Ah, ich starte irgendwas. Äh, ja. Ich glaube, jetzt ist es nicht leichter im Stream. Mike, jetzt sehe ich nur noch die Konsole, wie da irgendwas die ganze Zeit passiert. Ja, das ist normal. Warte kurz, ich muss kurz das an meinen Headset kommen. Nein, warum soll ich dich verlinken? Meinst du, dann kommen ja Zuschauer, oder wie? Uff. Nee, Mann, ich verlinke. Ich verlinke hier niemanden. Ich nehm, ich nehm den Link von deinem Status, eben in meinen Skype, äh, Status und schreib dahinter, bitte, äh, dislike in den Videos. Was? Nein, warum ausfahren, Mann? Ich komm gleich. Keine Lust. Hey, ja, moin, wie komm ich jetzt? Ach, hier. Ich verstehe, ich verstehe. Boah, das ist ne geile Höhle. Aber leider krieg ich hier nichts. Warte, warum bin ich eigentlich eben grad gestorben? Hab ich mich eben reingebaut? Och, ich hab noch nicht mal mehr Platz im Inventar. Mike, es startet! Nice. Äh, äh, Coppa? Was brauch ich nicht? Ey, Retrox, Retrox, was brauch ich nicht? Was kann ich wegschmeißen? Einfach so. Ich glaub, das dauert. Sein Leben. Ja, wir haben da noch von vielen, glaub ich. Max, einfach leise, okay? Ich hab schon ein bisschen Schad gesammelt. Oh, ist die Version, ist die Version 1.7? Ja, ich hab keine Ahnung, was da ist. Ja, ich hab keine Ahnung, was da ist. Und Retrox beschäftigt sich mit, äh, Gangster, wie heißt das? Äh, Elektrik. Elektrik? Mit was könnte ich mich beschäftigen? Essen. Äh, die Bücher, ich hab die. Hä, wie du hast Bücher? Wie meinst du das jetzt? Ja, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ey, Retrox, hört man die Musik? Ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich wieder. Halt die Fresse, Mike, halt die Fresse. Warte, ich muss rübsen. Okay. Was sollte ich, was sollte ich mich beschäftigen? Ja, keine Ahnung, frag, äh, Retrox. Ich frag dich. Ja, frag du ihn mal. Äh, Retrox, mit was kann der andere, also, Max sich beschäftigen? Ich hab, ich hab auch einen Namen, danke. Mit was könnte vielleicht er sich beschäftigen, weil, ja. Ulle. Ja, die Tinkers Bücher, das warst du eben weggewarfen hast. Okay. Ja, gut, dann hast du auch das, dieses rote Buch? Ich glaub schon, oder? Ich startet, Mike. Und brauchst du, brauchen wir Redstone? Redstone? Nimm einfach alles mit, was man mit Redstone und so bauen kann. Ja, ja, aber ich... Ja, nimm einfach alle Ärzte mit, weil später brauchst du die irgendwann. Ja, das Problem ist, ich brauch Kohle, aber ich weiß nicht, was ich wegschlossen soll. Ja, äh, geh kurz zu dein Home, äh, lagere da Sachen in den Truhen, dann gehst du wieder den Weg. Ja, ja, genau. Kann man da TP machen? Äh, Slash TS. Slash PP meine ich. Ähm, äh, Reponics, wie kann... Puhle. Ja, und, ähm... Jetzt tue ich mal die Sachen in die Kiste rein. So. Braucht das beim ersten Mal immer so lange zum starten? Äh, das braucht generell, glaub ich, lange zum starten. Ich hab jetzt auch Lava gesammelt. Äh, ich hab'n Tennisböger von der Schule geklaut. Ähm, du kannst dich für... Wir müssen ihn später hinzufügen. Okay. Also jetzt noch nicht, weil die... Ja, du kannst dich vielleicht mit Technik auseinandersetzen. Äh, das machst du doch. Nein, nein. Du kannst ihm helfen, also. Ähm... Halt die Fresse. Ich will die Drecksarbeit für dich machen. Nein, das ist nicht für mich das für dich. Ja, ich will ja nicht, ich will ja nicht, ich will ja nicht, äh, Arbeitsgehalt. Ähm... Ja, meine Mutter hat mir gerade gesagt, ich soll... jetzt halt leise sein und zu besprechen, muss ich jetzt... aufhören und... Ja, viel Spaß euch noch und tschüss.